Herzlich Willkommen zurück zu The New Super Mario Bros. 7 Retro-Retro-Heaven. Die Musik spielt gerade nicht, weil sie mal wieder aufgehört hat, einfach so random, weil die Musik ist wohl nicht so lange eingespielt worden hier in diesen Dings, oder die Datei der Musik ist ein bisschen kurz. Wir gehen in das Schloss. Ich will einfach nicht weiter über die Musik reden, weil sie ist komisch. Welt 1 Schloss. Äh. Dang. Äh, ich kenne das Lied auch. Das Lied kenne ich. Woher? Woher kenne ich das? Woher? Kann man es einer sagen? Wieder, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr das Lied kennt. Ähm. Oder ich erkenne es noch, kann natürlich auch sein. Könnte natürlich aus Mario kommen, so ein Remix. Ja, ich wollte jetzt nicht unbedingt diesen Block da. Ja, tschüss Musik, das war es auch. Ja, war schön mit dir. Weder ist ein Fehler bei dem Hacker passiert, dass die Musik nicht lange genug spielt, was mich jetzt nicht stören soll. Ähm. Vielleicht hört ihr dann mehr vom Spiel, weil ich die Musik vielleicht rausschneiden muss, weil YouTube dann sagt, äh, äh, nein, ist nicht. Äh, geht's nicht. Aber ich hoffe, das ist dann leise genug, weil ich drehe das ja auch leiser. Aber so laut hört ihr das ja alles gar nicht und mein Commentary ist drüber und dann geht das schon irgendwie. Zumindest wird YouTube da nichts sagen. Zumindest solange ich kein Partner bin und damit Geld verdiene. Aber dann kommt es auf meinen Zweitkanal. Äh. Nein. Gott, das war knapp. Kommt es auf meinen Backup-Kanal. Den habe ich ja extra dafür gemacht, für so Krams. Äh. Mit fragwürdiger Musik und so. Extra dafür. Da würde ich da nie Stress haben, werden. Tuten. Tu. Wie springe ich in das kleinste Loch, was dort oben ist? Ich habe eh noch keine Münze gesammelt, also kann ich die Münze da oben lassen. Äh. So. Hep, hep. Nein. Hallo. Was ist das? Was mache ich hier? So. Geht doch. Hep. Einfrieren. Dann geht er mir nicht mal auf den Sack. Auf den Sack. So. Hep. Hep. Hallo Ring. Arschleckenring. Brauchen wir nicht. Aha. Kennt ihr? Kennt ihr den Film Die sieben Zwerge von Otto Walkes? Daran musste ich jetzt irgendwie denken, als ich Ring gesagt habe. Vielleicht kennt ihr den Film und wisst jetzt warum. Aha. Könnten die Dinger mal ausfahren, bitte? Dankeschön. Gut, auch mal Zeit. Ist da eine Feuerblume drin? Das würde mich jetzt freuen. Ähm. Ja, kennt ihr den Film Die sieben Zwerge von Otto Walkes? Wo sie zum weisen Helge gehen. Nein. Ach nein. Ist das ein verbuggter Boss? Echt? Moment. Da warte ich jetzt. Hä? Ach, die Musik ist aus. Deswegen. Ich habe noch nicht mal Boss Musik. Ach, komm schon. Hallo. Komm schon. Fällst du runter? Nein, dann bist du wenigstens nicht verbuggt. Der Boss ohne Musik. Boss, seriously? Egal. Wir haben die Soundeffekte. Das reicht. Und ich lege vielleicht noch andere Musik drüber. Dann ist das gut. Gut, ich lege andere Musik vielleicht drüber. Ähm. Ist vielleicht besser. Oder? Reicht für den Boss nur? Ich weiß es nicht. Aber das ganze Level hatte er jetzt keine Musik. Muss ich mal schauen. Mein Stuhl knarzt. Habt ihr das gehört? Ja. Toll, ne? Ich habe bald einen neuen, dann knarzt es nicht mehr. So. Gut. Nächstes Level. Neuer Horror oder wie sieht es aus? Komm. Ich möchte weiter. Kann ich eigentlich? Vielleicht ist das... Speichern möchte ich sowieso. Speicher vor allem beenden. So. Und jetzt möchte ich was gucken. Stimmt. Das ist das doofe Speichern. Wo ich beenden muss. Und nicht einfach weiterspielen kann. Das ist das Dumme an dem Spiel. Dafür brauche ich einen 100% Save. Juhu. Münzen. Oh. Juhu. In dem Outfit erinnert der mich irgendwie immer an so einen Maler. Wo ich mir das jetzt so angucke. Dieses... Diese weiße Hose. Dieses... Hui. Wow. Salto. Oh, schade. Niau. Hallo Blume. Das kann ich auch. So. Den. 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 Ist in der Mittelröhre was drin? Oder ist hier was drin? Oder warum ist die Röhre so toll hier? Ah, okay. Ne Blume. Brauche ich nicht. Nehme ich trotzdem mit. Den. 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 Oh Gott. Jetzt hätte ich sie fast verloren. Hätte ich geweint. Moment. Warum ist sie ein... Oin. Nein. Ach. Ich dachte ich treffe den Doven noch. Äh. Was? Äh. Was? Hä? 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 Hallo? Warum nicht? Geht das irgendwie höher? Ah, Moment. Moment, geht das? Nee. Höher komme ich damit nicht. Kann ich hier rein? Ist da oben was drin? Den, 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 nee. Bä, dä, 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 dä. Aha, eine Blume. Bringt mir so nix. Was? Oder wenn ich von hier oben falle vielleicht? Hallo? Ähm. Ähm. Hä? Muss ich? Oh, Moment. Moment. So. Nee, ich darf nicht an die Wand kommen. Aha, da ist ein Block versteckt. Okay. Dann erklärt... Einiges. So. Dann ist gut. Nein! Geh kaputt. Ich hasse Hammer, Brüder. Ich hasse sie einfach. Irgendwas drin? Irgendwas? Dann wird hier mit Power-Ups zugeschmissen? Am allerfeinsten. Egal. Ninja! Ja. Au. 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 Scheiße. Verdammt. Das hätte so gut klappen können. Ich hätte noch so toll auf den Röhren laufen können. Aber der Sprung war zu kurz. Nein! Ach, dieser Drecksbullet... Kann ich den bis zu mir ziehen? Das wäre natürlich geil. Block! Boah, ich hätte jetzt so gestrien, wenn da noch ein Block gewesen wäre. Was ist denn das jetzt für eine Musik? Ach so, ein Remake von dem Wasserlevel. Wenigstens Mario-Mucke. Schön. Das weckt Erinnerungen, dieses Lied. Auch wenn es nicht original ist, egal. Oh Gott. Geht weg, geht alle weg, geht alle weg, geht alle weg. So, voll im Grün, ey. Die Grün sind ätzend. Und die Blauen erst. Ja. Da 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 da, nach. Ich wollte doch noch runter. Egal, dann müssen wir jetzt ohne Blume hier durch. Oh Gott. Sind gar nicht viele Fische oder so. Da 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 da. So. Oh Gott, kommt ihr bis nach oben? Nein, ne? Was ist denn da? Da gehe ich bestimmt nicht rein. Ist doch voll der Umweg. Man kriegt auch keine Power-Ups auf dem Weg. Das ist echt fies. Hallo Checkpoint. Und die Musik ist wieder zu Ende? Geht nichts weiter? Nein, sie wiederholt sich. Die hat ein Repeat drin. Schön. Die andere nicht. Hallo Blume. Finde ich schön, dass die Musik jetzt wenn ich ein Repeat drin hat. Dann hat nicht nur das halbe Level Musik, die vielleicht Copyright geschützt ist. Hust, hust. Äh. So. Hap, 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 hap. Doof. Ja, ja. Und das steht leider nie mit dem Hack drin. Das ist immer doof. Hallo Optus. Deswegen, wenn ihr irgendwann mal einen New Super Mario Bros. Rehack machen solltet. Benutzt Musik, die für kommerzielle Nutzung freigegeben ist. Damit macht ihr nichts falsch. Dann kann nicht jeder spielen. Jeder braucht die kommerzielle Nutzung jetzt nicht, aber andere vielleicht. Ja, da wieder die Musik, die bitte zuge... Oh, seriously. Jetzt kriege ich hier noch voll den Fischkampf. Da, da. Ist das nicht... Ach, Moment. Ich weiß, woher das ist. Kirby's, Kirby's Adventure. Kirby's Adventure Wii. Jetzt hab ich's. Ei, ei, ei. Das war eine verdammt Knau... Oh, nein. Seriously? Geh mal weg. Dankeschön. Kirby's Adventure Wii ist das doch. Das Intro. Klar. Natürlich. Es macht jetzt alles Sinn. Ja, macht es wirklich. Wahrscheinlich habt ihr im letzten Video schon reingeschrieben in die Kommentare. Kirby's Adventure Wii. Ja. Naja. Egal. Ich kann ja sowas nicht erst drei Folgen später fragen, wenn ich mich das schon in der ersten davon frage. Ne? Deswegen. Ich nehm das ja alles im Voraus auf. Gerade die Hacks. So. Oh, jetzt hab ich ihn in den Tisch gehauen. Aber habt ihr nicht gehört, weil das Mikro nicht mit dem Tisch verbunden ist. Hahaha. Ach, vielleicht doch. Vielleicht habt ihr den Aufprall gehört. Naja. Egal. Ja, bei dem Schütteln passiert das gerne mal. So, zehn Minuten. Level geht noch. Ein Level geht noch. Ich hab auch ganz böse Ambitionen. Wenn ich jetzt, ähm, anderen Leuten beim Mario-Spielen zusehe, dass ich diesen Zwang hab. Oh nein. Das überlebe ich doch nicht. Diesen Drehsprung zu machen. Bei, äh, ganz komischer Zwang. Ich hab letztens bei jemanden Super Mario-Hex geguckt. Und jedes Mal, obwohl man das in dem Spiel gar nicht kann, dachte ich, mach Drehsprung, mach den Drehsprung. Da hatte ich so einen Zwang in der Hand. Kennt ihr das? Das ist ganz böse. D-d-d-d-d-d-d-d. Schaff ich das? Überlebe ich das? Überlebe ich das? Überlebe ich das? Komm mal runter. Komm mal runter. So, komm du auch runter. Dann schaff ich das. Das ist immer so eine Sache. Man muss immer erst einen weghaben, dann geht das. Geht kaputt. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Hallo? Och, ich muss erst hochspringen. Mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh. Ne Blume. Yeah, yeah, yeah. Ne Blume. Wuhu. Da freut sich sogar Mario. Und wir gehen doch mal ins Itemhaus. Ja, das Level machen wir trotzdem. Keine Angst. So. Ich möchte nur eben die Power-Up-Tafeln machen. Die verkack ich eh. Ich kann ja jetzt nochmal die Probe auf Exempel machen, ob in den unteren vier Feldern ein Bowser-Feld drin ist. Ja, für euch mache ich das. Ich opfer ein paar Items für euch. Hier sind sogar manchmal zwei Bowser-Felder drin. Vielleicht versage ich jetzt, wenn da gar kein Bowser-Feld drin ist. Aber meistens ist ja eins drin. Nö, jetzt wurde ich sogar enttäuscht. Aber dann ist da eins drin. Entweder links oder rechts, da ist immer eins drin. Also, oder ich kriege jetzt voll ein aus dem Maul und da seht ihr, da ist es. Wahrscheinlich noch nebeneinander. Ja, super. Jetzt habe ich natürlich doppelt Chance, einen Bowser zu kriegen. Wunderbar. Ja. 3, 4, 3. 3 Items. 4 Items. 5 Items. Verdammt. Egal, hat sich gelohnt. Mir fehlen noch zwei Items, mein Gott. Ja, 5 Items. Habe ich richtig gezählt. Gut. Herrlich. Da kann man doch gleich mal so einen Pilz nomsen. Ne Blume. Norm. Weil ich habe nur einen Pilz. Äh, wir gehen erst ins untere Level. 1, 6. Wo ist 1, 5, ne? 1, 5. Da gehen wir zuerst rein. Wenn mir die Wii nicht abstürzt. Weil bei den beiden Leveln stürzt auch manchmal gerne die Wii ab. Hallo, Nachtlevel. Hübsch. Der Hintergrund gefällt mir. Nein, die Kamera hat weggesoomt. Das heißt meistens, dass... Das kommt. Verdammt. Oder... Diese Wii's on Bullet Bills. Kriege ich dich? Komm. Komm, ich kriege dich. Ich kriege dich. Ach, dann nicht. Obwohl ich dich gekriegt hätte. Glaub es mir. Ja, ich habe dich gekriegt. Das geht. Nein. Hallo. 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 Lass mich mal in Ruhe. Geht ja gar nicht, was du hier machst mit mir. Habt ihr das gesehen? Der soll sich nicht mit mir anlegen. Ja, klar. Ich habe mir jetzt die Wolke nehmen können. Aber das ist ja langweilig. Hör, in den einen Level in der Hülle gehst du oben lang und hier nimmst du nicht die Wolke. Was bist du denn für einer? Ja, ich weiß. Ich bin komisch. Ähm... Komm mal her. Hier kommst du schon nicht mehr. Hier haust du ab. Kann ich dir ja gar nicht mehr die Wolke klauen. Jetzt wolltest du ihm doch die Wolke klauen. Ja. Ich bin komisch. Sag ich doch. So. Dann, dann. Dann, 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 dann. Geht mal alle weg. Ach, eine Blume weg. Die sind zu viele. Blumen. Verdammt. Ich habe meine Blume verloren. Apropos Blumen. Dann, dann, dann. So. Hm, hm, hm. Nein. Ein Ducken. Oh Gott. Das war knapp. Hm. Blume? 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 Hallo? Nee, ich. Ducken. Nein, da komme ich nicht dran. Zumindest nicht ohne Anlauf. Dann hoffen wir, dass hier eine Blume drin ist. Ach ey, seriously. Keine Blume. Könnt ihr mir nicht antun? Einen Pilz brauche ich mittlerweile. Ist da auch einer drin? Ich habe Angst. Lasst mich alle in Ruhe. Hep. Hep. Und über die springen wir einfach drüber. Oh, oh. Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich bin überfordert. Zwei Gegner. Aha. So. Ist hier noch was zu holen? Irgendwie. Ein Block? Nein. Bevor mich die Flamme da tötet, gehe ich lieber rein. Was ist denn hier los? Nein. Wind. Ich hasse Wind. Ich hasse Wind. Nein. Ich wusste, dass das passiert. Ich hasse Wind. Na, gibt halt Überlänge bei der Folge. Das Level mache ich jetzt noch. Das sehe ich ja gar nicht ein. Warum habe ich kein Item genommen? Egal, weil ich hier Items kriege. Ganz einfach. Ach nein, der Schuss. Scheiße, der kommt ja hier. Der da. Da. Das da. Geh weg. Ich brauche. Och ey. Bin ich denn so schlecht? Ja. Danke für die Antwort. Ich habe dich auch lieb. Ich habe seinen Namen vergessen. Wie heißt er? Henry. Nein. Weiß ich nicht. Ach, ich habe seinen Namen vergessen. Wie hieß denn er? Keine Ahnung. Ich habe seinen Namen echt vergessen. Das ist traurig. Huch, da haben sie getanzt. Da habe ich sie gerade kurz nicht gesehen. Weil die mit ihrer hellen Seite nach vorne standen. Habe ich die nicht gesehen. Habe ich die hier gekriegt? Ich habe keine Ahnung. Ja, hätte ich wahrscheinlich. Aber habe ich jetzt nicht. Hoffen wir, dass hier eine Blume drin ist. Ach, wunderbar. Eine Blume. Ich freue mich. So. Du darfst gerne abhauen. Hau ab. Genau bis hierhin bist du gekommen. Genau. Feuer fest. Schade. Ich dachte, ich treffe dich schon so im Flug. Hepp, hepp, hepp. Hepp. Neun. Verdammt. Ich dachte, das reicht noch. So. Einfach rüber. Einfach rüber. War hier eine Blume drin? Ich glaube nicht. Oh, das hätte so geil ausgesehen, wenn ich alle drei gekriegt hätte. War auch fast der Plan, irgendwie. Aber hat nicht geklappt. Verdammt. Natürlich war das dein Plan. Du wolltest natürlich alle drei treffen. Die ersten beiden waren doch schon ein Glück. So, diesmal aber mit Pilz. Diesmal lasse ich die Koopa hier lang kommen. Geht das? Springt ihr durch? Nein, springt sie nicht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber du stürzt dich in den Tod. Nein. Schaffe ich das? Ach Gott. Ach, Bremse. Bist du ein verfolgender Bullet? Gut, bist du nicht. Nein, ist... Okay. Das Level ist ja noch nicht voll overload. Nein. Zieh mir's nicht. Nein. Ich geh schnell weg. Gott. Kann man hier rein? Ich bin auch mehr hier weg. Ich bin nach Hause. Lass mich hier... Oh Gott, lass mich da rein. Lass mich da rein. Lass mich da... Oh Gott, lass mich da rein. Oh, Backe. Ende. Checkpoint. Checkpoint. Ja. Was? Scrolling? Nein. Ach, fuck. Mit Plattform. Scheiße. Direkt das Item verkackt. Nein. Was? Ach, das war eine Tür. Ich dachte... Oh nein. Ich muss nur auf der Plattform bleiben. Kacke. Nein, ernsthaft. Das ist Kacke. Ich bin an die Plattform gebunden. Das heißt, da kommen gleich die übelsten Sachen auf mich zu. Ne. Hä? Was muss ich tun? Ist das Level Buggy? Hallo? Was muss ich tun? Jetzt wird auch... Ja. Oder wir sterben einfach. Kann natürlich sein, dass ich irgendwo runter muss. Ich hab einen Checkpoint gehabt. Wir gehen nochmal rein. Wir sind zwar schon voll über der Zeit für so ein normales Mario-Völkchen. Für ein normales Mario-Völkchen. Aber, ähm... Das möchte ich jetzt wissen. Was passt dem hier nicht? Ich muss den Pilz jetzt früh drücken hier. Damit das passt. Ah, wunderbar. Ah, ich muss in die Röhre. Haha. Okay. Dann starte nochmal neu, bitte. Danke. Ich hoffe, ich muss in die Röhre. Ich hoffe, das ist richtig. Aber jetzt krieg ich den Pilz nicht mehr. Nein. Nein, das war zu früh. Scheiße. Ich seh den Koopa doch nicht. Ducken. Und hoffen. Ich brauch den Koopa. Wow. Ich hab's geschafft. Da fiel mir noch ein, dass ich doch den Koopa... Ui, schön. Nicht schön. Hau ab. Nein. Ich werde so sterben. Oh nein. Geh weg. Oh, Wolke. Ja, ich bin gerettet. Flieg, Wolke. Flieg. Oh Gott. Gut, dass ich die verdammte Kackwolke... Oh nein. Nein. Lass deinen Hammer stecken. Ich brauch den nicht. Wie reicht das? Oh, bitte. Oh Gott. Ich hab so Angst. Ich will nicht sterben. Ich bin noch so jung. Gib mir den Pilz. Dankeschön. Nicht sterben, bitte. Danke. Ich bin so... Oh, das macht schon wieder... Das macht schon wieder fertig. Nein. Nein. Ach, ich dachte, das wäre ein großer. Bis ich den Kleinen da oben gesehen hab. Dann war alles okay. Die Kleinen sind gut. Die Kleinen sind... Oh nein. Die Kleinen... Nein, die Kleinen sind nicht gut. Aber die Kleinen Bullet... Bills sind... Oh Gott. Ich hab's geschafft. Kann das Level jetzt mal vorbei sein, bitte? Oh, es geht noch weiter. Ey. Kann das jetzt mal enden? Jetzt mal ernsthaft. Das ist nicht mehr... Oh nein. Mit Wind? Du bist ja auch noch ein bisschen bescheuert. So, das war Glück. Ja, ich mach das Level noch. Ich hab's ja gesagt. Ja, ist okay. Nein! Na. Das Level machen wir im nächsten Part weiter. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.